Ich darf Sie heute alle recht herzlich begrüßen hier zum Eidbarter Power-D in Pforzheim. Und ich habe schon gemerkt beim Eingang, das sind viele Gesichter, die haben alle das Grinsen schon im Gesicht gehabt. Und das freut mich. Ich bin Jürgen Gräler. So kennt man mich auch. 48 Jahre jung. Vier Kinder. Bis jetzt einmal Opa und ich werde heute im Laufe des Tages nochmal Opa. Und ich sage euch auch ganz genau, warum es mich so freut. Weil ich weiß, der Kleine, der heute auf die Welt kommt, der wird vom Eidbarter noch leben. Der wird noch profitieren. Wahrscheinlich sein Kind noch. Denn was wir jetzt gerade hier machen, wir machen Geschichte. Und das merken Sie ja auch alle. Und der Tag heute, der wird für euch so richtig, wie sagt man so, cool werden. Kurz zum Ablauf. Wir starten jetzt gleich richtig los. Also nochmal, nehmt viel auf, nehmt viel rüber. Es kommen heute wirklich ganz spannende Menschen auf euch zu. Und ich weiß hinterher, werdet ihr wirklich das Eidbarter-Geschäft auch so lieben und auch so leben. Bitte schaltet alle Handys ab. Oder macht sie lautlos. Ne Frage, wer hat Internet? Wer kennt jemanden, der Internet hat? Okay, ihr seid ja heute richtig hier. Passt. Weil ich meine Grundvoraussetzung. Bühne gesund ein, pfffii, aber es sind zu, dass wir dir, wenn ich dich allein